Meine verehrten Damen und Herren, liebes Volk, wie Ihnen sicherlich aufgefallen ist, ist in den letzten Wochen massive Gentests durchgeführt worden in Deutschland. Und nun ist diese ganze Einteilung in mehrere Klassen und Rassen endlich beendet. Wissenschaftler haben nun festgestellt, dass es in Deutschland gelieblich zwei Arten von Menschen gibt. Nämlich erstens Menschen, denen unvollständige Listen nichts ausmachen. Hallo und herzlich willkommen bei let'splayer.tv News, deiner Infosource auf YouTube. Guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr diese Folge seht. Und herzlich willkommen zu den Let's Player News. Und das sind unsere heutigen Themen. An dieser Stelle, bevor es richtig losgeht, noch zwei kurze Ansagen. Erstens, ihr findet wie immer alle News, die ihr heute hört und seht, unten in der Videobeschreibung und könnt sie gerne nachlesen. Und zweitens, die Let's Plays News werden von nun an immer mittwochs erscheinen, anstatt dienstags. Das hat einfach folgenden Grund. Ich habe leider nicht ganz so viel Zeit, wie ich es mir gern wünschte an meinem Rechner. Und von daher habe ich mir bei unserem Chef gewünscht, dass ich doch bitte einen Tag Zeit mehr habe, um die Videos zu bearbeiten. Nach einer dementsprechenden Prozedur, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, habe ich diesen Tag dann auch genehmigt bekommen. Wie gesagt, die News von nun an immer mittwochs, anstatt dienstags. Und ich hoffe, dass ich das auch definitiv einhalten kann. Nicht so wie letzte Woche. Es tut mir sehr leid, dass die News verspätet rauskamen. Aber in der Woche ist einfach alles schief gegangen. Und jetzt geht's los mit den Let's Plays News. Happy Mille to you. Happy Mille to you. Happy Mille German Let's Play und jetzt starten you too. Mit dieser wunderbaren Gesangseinlage kombinieren wir gerade mal zwei News zu einer einzigen. Da es im Prinzip um das gleiche Thema geht, nämlich die 1-Millionen-Abo-Grenze bei YouTube. German Let's Plays, gegründet 2010 und Let's Tuttle, gegründet 2013, haben es nun endlich geschafft. Sie sind in den Billionen-Bereich aufgestiegen. Beide haben mit dem gleichen angefangen, wie ca. 90% aller YouTuber, nämlich mit Minecraft. German Let's Plays allerdings hat dabei einen ziemlich holprigen Start gehabt. Er ist nämlich mittlerweile nicht unter German Let's Plays, sondern unter German Let's Fail unterwegs, da sein ursprünglicher Kanal drei Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen am Hals hatte und deshalb geschlossen werden musste. Da machen wir halt einen neuen Kanal auf und nennen ihn ungefähr gleich. Wo ist da der Unterschied? Let's Tuttle dagegen hat einen besseren Start hingelegt. Im Juni letzten Jahres gegründet hat er jetzt schon die 1-Millionen- oder sagen wir mal eher die 2-Millionen-Marke erreicht, denn sein Kanal Let's Tuttle ist nicht der einzige Kanal, den er betreibt. Auf meatcake.tv slash tuttle präsentiert der gute Tuttle unnützes Wissen und lauter Schwachsinn dieser Welt und hat dort mittlerweile auch schon 840.000 Abonnenten. Dagegen hat er noch den Kanal mit Adi, wo er V-Flogs präsentiert, auch mit 230.000 Abonnenten. Da kommen also auch noch Millionen dazu. Der Junge ist wirklich fleißig. An dieser Stelle gratuliert Let's Plays herzlich den beiden Millionaren und hofft auf die nächste Million für diese beiden Let's Player. Was ist das Wichtigste für YouTube? Na ja, außer Geld. Ja richtig, die Zuschauer, ist doch ganz klar. Und was bindet Zuschauer an YouTube? Let's Player, am allermeisten wahrscheinlich. Und genau da hätte YouTube oder vielmehr Google beide ein Problem gehabt, denn die Konkurrenz wie Facebook hat versucht, die größten Let's Player von YouTube abzuwerben. Wie das gehen sollte, ist ganz einfach. Die Konkurrenz hat versucht, die Let's Player mit Exklusivverträgen auf ihre Seite zu ziehen, sodass diese auf YouTube keine Videos mehr hochladen dürften. Na ja, ob das jetzt einfach nur Geldmacherei oder Konkurrenzausschaltung gewesen wäre, das kann man jetzt vor sich hin dichten. In den meisten Fällen hat YouTube dies natürlich auch sofort gemerkt und hat Gegenmaßnahmen ergriffen. Wo die Konkurrenz Millionen geboten hat, dafür, dass die Let's Player zu ihnen kommen, musste Google oder YouTube ebenso als Millionen auf den Tisch legen, dass sie bei ihnen bleiben. So haben nun die Top-Let's Player Exklusivverträge bekommen, dass sie auch wirklich ihr Material bei YouTube hochladen und diese Firma weiterhin existieren darf. Jetzt stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn so Größen wie Gronkh, Sarata, PewDiePie und Konsorten nicht mehr auf YouTube hochladen würden. Es würden Millionen von Views täglich nicht mehr auf YouTube erscheinen. Das wäre wohl schlecht fürs Geschäft. Wie viel Geld letztendlich über die Ladentheke geflossen ist, das weiß keiner. Da wird sich Google schön ausschweigen. Aber eins ist wohl sicher, billig wird das nicht gewesen sein. Wir Kleineren brauchen jetzt nicht zu hoffen, dass wir auch solche Verträge bekommen. Nein, dafür sind wir viel zu unwichtig, auf Deutsch gesagt. Dafür kann man sich nirgendwo bewerben. Man wird exklusiv von seinem YouTube-Ansprechpartner angesprochen. Und man muss wirklich so wichtig für YouTube und dessen Quoten sein, dass es sich auch für die Jungs lohnt. Wie immer, wer mehr davon erfahren möchte, Google macht's möglich oder schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Und wo wir gerade bei YouTube waren, bleiben wir auch bei selbigen. Hier kommt wieder etwas aus der Kategorie nett gemeint. Wir alle kennen das. Wir wollen ein Video hochladen. Wir wollen ein Spiel zeigen. Und in dem Moment, wo wir es hochgeladen haben, kommt so ein schönes Dreieck mit einem Ausrufezeichen auf unser Video. Das Video ist in allen Ländern dieser Welt gesperrt, weil sie haben Last Christmas von BAM drin. Naja, schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Das System erkennt sofort, wenn man urheberrechtlich geschützte Musik benutzt und sperrt das Video. Beziehungsweise sagt einem einfach, man darf es nicht monetarisieren. Das wäre noch die einfachste Variante. Im ungünstigsten Fall dagegen ist das Video, wie gesagt, weltweit gesperrt oder in den meisten Ländern und man kann sich seine ganze harte Arbeit in die Tonne treten. YouTube bietet nun eine Mediabibliothek an, in die man reinschauen kann. Das ist weniger eine Ressource, wo man Musik rausziehen kann. Nein, man kann in dieser mehrere tausend Titel langen Liste eher gucken, was darf ich überhaupt benutzen. Naja, und da wir hier in Deutschland sind, könnt ihr euch das Ergebnis ja schon denken. Sehr, sehr viele Musik ist bei uns nicht gestattet. Beziehungsweise da steht, erlaubt in allen Ländern, außer Deutschland. Ja, bei uns, die GEMA, die hat eben einen manchmal an der Klatsche. Dennoch ist die Bibliothek sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, Titel auszuwählen. Für jeden Lesplayer definitiv hilfreich. Schaut einfach mal rein, der Link zur Bibliothek befindet sich unten in der Videobeschreibung. Oh mein Gott, das Ende ist nah! Die hysterischen Hühner, das meine ich doch gar nicht! Was ich natürlich meine, ist das Ende von 2014. Und es gibt etwas am Jahresende, über was man sich richtig freuen kann. Scheiß auf Weihnachten, Scheiß auf Silvester. YouTube ist angesagt, nämlich YouTube Rewind 2014. Ein kleiner Jahresrückblick in Form eines 5-minütigen Musikvideos. Und dieses Jahr sind auch das erste Mal 4 deutsche YouTuber dabei. Nämlich LeFloid, ApeCrimes, HerrTutorial und Darum. Mit diesen langgezogenen Selbstlauten empfehle ich euch wärmstens, euch das Video anzuschauen. Es lohnt sich definitiv ein Wahnsinnsmusikvideo, was YouTube dahin geknatscht hat. Schaut es euch genau jetzt an, bevor die nächsten News anfängt. Ach und das Video findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dass YouTube bekannt dafür ist, irgendwelche bahnbrechenden Meilensteine in der Weltgeschichte zu legen, das wissen wir ja alle. Und den nächsten haben sie auch schon erreicht. Wo es mit letzten Jahres noch hieß, dass stündlich 100 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen werden, hat sich diese Zahl in den letzten 18 Monaten, sprich bis heute, verdreifacht. Mittlerweile werden Sagen und Schreiben 300 Stunden Videomaterial pro Stunde auf YouTube hochgeladen. Wenn man das Ganze mal hochrechnet, es ist einfach viel zu viel, als dass sich ein einzelner Mensch das alles anschauen könnte. Das muss auch zum Glück nicht, dafür gibt es Millionen von Benutzer bei YouTube. YouTube hat es also so langsam geschafft, sie schreiben rote Zahlen. Sie machen nicht mehr permanent Minus. Jedoch gibt es einen, der in der Videoschauzahl noch eine ganze Ecke vorn liegt, nämlich Konkurrent Facebook. Aber dazu muss man noch sagen, Facebook schummelt ein wenig. Wer im Gegensatz zu mir bei Facebook unterwegs ist, der weiß, wer es nicht eingestellt hat, bekommt jedes Video automatisch abgespielt, sobald man nur drüber scrollt. Man muss es nicht mal anklicken. Und genau dieses automatische Abspielen wird bei YouTube bereits als View gewertet. Es werden also Views gezählt bei Facebook, die nicht unbedingt welche sind, weil man sie sich gar nicht anschaut. Dahingegen sind viele Videos, die bei Facebook gepostet werden, natürlich auch nur Ausschnitte. Wenn man sich etwas wirklich langes oder wirkliche Filmtrailer, Spieltrailer, wie auch immer ansehen will, macht man das natürlich auf YouTube. Man kann also quasi sagen, YouTube ist eigentlich dafür da, um die langen, abspielbaren Videos zu begutachten, beziehungsweise Facebook ist für kürzere Trailer oder ähnliches. Also nicht verzagen in der Vermutung, dass YouTube irgendwann mal pleite gehen könnte, weil Facebook mehr Views hat. Näh, Quatsch. Auf YouTube gibt es doch alles, was wir wollen. Es gibt Trailer, es gibt Vlogs, es gibt Let's Plays. Alles, was das Herz begeht, findet man auf YouTube. Und das wird wohl auch eine ganze Zeit lang so bleiben. Sowohl Facebook als auch Google haben einen ganzen Haufen Geld zur Verfügung. Und bis die beiden sich mal richtig ausgeboxt haben, die sollten einfach mal in den Ring gehen, sollen sie gegenseitig die Fresse polieren. Danach gehen sie noch ein schönes Bier trinken. Und dann können sie ganz in Ruhe ausdiskutieren, wer denn welche Videos für sich bekommt. Und dann können sie auch mal in Ruhe ausdiskutieren, wer denn welche Videos für sich macht. Ihr merkt schon, die heutige News-Folge ist gefüllt mit lauter Kurznachrichten. Aber zum Schluss der Let's Plays News-Folge 13 habe ich noch ein kleines Schmankel für euch. Ich möchte euch gerne den Podcast von unserem guten Song K. diesen Sonntag ans Herz legen. Diesmal hat er einen Special Guest parat, nämlich den Creative Director von Deck 13, Jan Klose. Er wird sich mit ihm über das neue Spiel Lords of Fallen unterhalten und es geht auch bei der ganzen Sache um ein schönes Gewinnspiel. Also verpasst am Sonntag nicht den Podcast vom Song K. mit Jan Klose von Deck 13 und schaut euch auch seinen Spieltest an über das Spiel Lords of Fallen. Ja liebe Freunde, das war es auch schon mit der 13. Ausgabe der Let's Plays.de News-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über Sinn und Unsinn des Ganzen diskutiert fleißig unten in den Kommentaren. Und vergesst nicht das Bewirb-Misch-Projekt von unserem guten Partouts. Schreibt Bewirb-Misch unten in die Videobeschreibung. Und mit etwas Glück wird der gute Nico auf seinem Kanal euren YouTube-Channel bewerben. Also dann, man sieht es beim nächsten Mal. Es verabschiedet sich der Metzl. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche.